Ich habe beschlossen, jeden Tag mindestens eine Seite in mein Tagebuch zu schreiben. Das wird das Beste hier aller Zeiten. Dann kann ich es später lesen und weiß genau, was passiert ist, als ich 16 war. Drei Dinge kommen in allen Vampirgeschichten vor. Sex, Blut und Tod. Rebecca, ich möchte dir ein neues Mädchen vorstellen, Onessa Block. Bitte hilf ihr, sich zurechtzufinden. Sicher. Hast du dich verlaufen? Das ist einer meiner Lieblingsplätze. Es ist so dunkel. Onessa sagt, Poesie sei die reinste aller Künste. Onessa? Sie ist unglaublich klug. Sie isst nie was. Nie. Vielleicht ist sie magersüchtig. Der Vampir ist ein einsames Geschöpf. Was ist das? Das ist deine Freundschaftskette. Sie will jemanden, der ganz ihr gehört. Für immer. Glaubst du an übersehnliche Dinge? Es wird Zeit, dich zu befreien. Der Moment des Todes. Das freudigste Gefühl schlechthin. Ist dir eigentlich klar, wie ähnlich wir uns sind? Ja. Des Todes. Wo zerst ut. Was ist alles. Untertitelung des ZDF, 2020